oh scheiße falsche farbe hallo und willkommen zu einer runde minecraft masterbilder zusammen mit kai hallöchen popöchen candy nice alles ich hab schon direkt ne idee ich auch hoffe ich zumindest okay was machst du können die ich mache kennen ja ich muss erst eine zuckerstange aber wir haben ja uns wurde in den kommentaren gesagt dass dass wir 3d bauen sollen und nicht 2d weil das sonst cancer für die eis ist schlecht meine ich ehrlich jetzt hatte geschrieben hast du nicht gelesen einer meinte wenn man 2d macht dann ist das nicht so gut als wenn man 3d macht man drei macht bessere bewertungen scheiße falsche farbe alles noch mal neu oh das ist jetzt aber echt dumm toll ich mache auch nur eine candy also eine süßigkeit das ist aber richtig schlecht jetzt baust du candy in so einer schüssel oder wie machst du das nee ich baue erst eine zuckerstange und dann hast du vielleicht gucke ich mal wie ich das weiter machen wie machst du das ich baue einfach man sieht es hoffentlich gleich ich verrate noch nicht ja okay aber junge ich halte mich hier viel zu lange an dem scheiß auf das muss noch weg ich bin aber gleich schon fertig glaube ich ja oder auch nicht so hier noch mal alles hinbauen noch drei minuten auf der uhr das müsste klappen hier oben noch mal so eine schicht drüber das sieht eigentlich ziemlich scheiße aus mit meiner vorstellung war das besser oh mein gott und ich baue erst mal vielleicht was mache ich denn hier so ich denke mal man kann das erkennen oder ein schild so jetzt kommt hier vorne hin so fertig also ich finde es gut geworden jetzt kommt noch zuckerstange dazu weil ich vielleicht denke könnte dass es hier nicht ausreicht macht man das denn oh mein gott das kommt wieder weg das kann ich noch machen oder sieht so blöd aus weil ich kann erstmal spawnen die spawn ex so die kommen dann hier hin kann ich auch umbenennen wo ist da hin hallo kann man denn keinen namen geben weil die bleiben jetzt so stehen das ist wieder gut sein ich konnte mein ich konnte mein baum nicht lassen ehrlich nicht das ist so nice aus das ist ein lolly zuckerwarte lolly warum kann der aus den dingern hier was raus aber das hier ist ein amazing ja das sieht schön aus der lolly die effekte ja nicht schlecht habe ich nicht das hier das sieht komisch aus kann man das essen das ist echt das bekommen ich kann es nicht erkennen was ist das frag mich wer das hier gebaut hat ist das deine fucking milchschnitte die explodieren komm schon jawohl es hält es hält ist das denn hier ist das deins okay kann okay das kommt gut das bekommen gut das sieht nicht aus wie kern dies da das eines soll glaube ich ja es bekommt ein gut doch man kann es erkennen wo die partikel sind ein bisschen viel irgendwie ist das jetzt ein anker ne 99 so ein bis 66 weiß ich was das sein soll ein bisschen komisch das ist nicht schlecht das das ist bestimmt nicht das bekommt amazing ganzen kuchen hier drunter ja der lutscher sieht auch cool aus ja kann man mal geben so ist das deins nee das ist auch nicht deins es schneit sogar das ist das was ist denn hier ja bekommt ein gut kann man machen ja doch ja doch was das ist das meins das ist deins oh mein gott wie ich kenne dies das ist der pedo wer okay das bekommt ein everything is awesome hast du gut gemacht hast du gut gemacht hier ist alles super ja ich bin vor dir du bist letzter sehr gut ich schlecht ich habe jetzt 1000 games oha okay dann gefühlst du schon leute lasst die wertung da und wir sehen uns beim nächsten part wir sehen uns beim nächsten Mal